Oh mein Gott! Okay, es kommt. Oh fucking hell. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Warte, wo ist mein Pausebildschirm? Äh, ich bin gleich wieder da. Äh, ich bin... Ich bin gleich wieder da. Ich schlau... Gift ma. Gift ma some subs. Ich bin ein Fiss! Blub, motherfucker! Ich hab erst mal gerade eine Banane gedieb-froated, Alter. Oh, das coolen Leitmotiv steht für Qualität, die ich dazu gebracht. Lieber Finn, ich habe schon lange mein Auge auf deinen großen, gigantischen, schleimigen Schwanz geworfen. Bitte, Finn. Ich würde liebend gerne einmal eine Berührung riskieren. Three days later. Ah, ah, ah! Easy. Ich hab das Gefühl so... Keine Ahnung, ihr seid ein bisschen wie Kaninchen. Ihr werdet immer mehr. Das macht mir so Angst. Hilfe! Aber ihr seid nicht wirklich wie Kaninchen, oder? Ich glaube, das ist verboten auf der Doku-Me. Zumindest in diesem Bereich hier. Ähm... Das Problem ist, ich muss einmal noch fett kacken, bevor wir jetzt gleich loslegen. Gibt es auch Leute, die nicht geschluckt haben? Ich könnte jetzt einfach random jemandem sagen, dass er nochmal schlucken muss. Ey, der ganz vorne. Du mit dem blauen T-Shirt. Mit, ähm... Warte, das... Ja, genau dich. Ja, genau du. Hast du auch was getrunken? Du musst auch was trinken. Bitte sorg dafür, dass du genug trinkst, okay? Ja, ja, genau so. Dankeschön. Können wir alle applaudieren für ihn? Er trinkt jetzt was. Wuh! Ja! Ich dachte gerade, da sitzt eine nackte Frau, aber es ist nur ein Baum. Der Baum hat aber echt nice Feis, guckt mal. Ich hoffe, das Internet geht auch, sonst hole ich halt die Papp-Ginger wieder. Papp-Ginger. Papp-Ginger, hol mich. Warte mal, jubelt ihr gerade wegen der Papp-Ginger? Das gibt es nicht! Ihr seid so doof! Ja, es steckt ein Mann in mir drin. Da strecke ich mich doch erst mal vor Freude. Egal, was du siehst, immer erst mal iiih. Ja, weiß nicht, das macht mich halt fertig. Lili! Ich dachte genau dasselbe! Oh, du bist so süß, ich will nicht essen. Ginger, kann ich mal deine Füße lecken? Überlass das Ganze mir. Oh, du bist so süß, für dich würde ich alles machen. Für dich würde ich auch den Boden lecken. Hab mal das FBI vorbeigeschickt. Die sollen die Cozyness inhaftieren. Nein, es ist immer noch cozy. Niemals damit wirst du die Cozyness runterkriegen. Ja, kriege ich deine Mutter runterkriegen. Meine Upgraden, hier so die neuen Sachen hinstellen, können wir dann später. Ich wollte euch gerade beleidigen, aber wir sind gerade auf der Doku, deswegen sag ich, ihr blöden Lauchzwiebeln! Komm schon! Jetzt komm doch! Boah, die Sache ist, ich laber auch immer unfassbar viel, wenn ich, wenn ich, wenn ich rede. Ne. Meine Katze ist immer so... Hallo, guck mal! Die kommt immer so her. Mama, Ginger, Mama, Ginger! Hallo, hallo, ich komm dir ganz nah. Hallo, 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 ich bin deine Katze. Hallo, ich bin Chino. Ich bin so süß, ja! Und dann kommt Chino so her. Hallo, hallo, ich komm dir ganz nah. Macht Chino dann. Und dann... Und dann erst mal so... Wow. Okay, ich versuch ein Liegestütz. Let's go! Let's go! So, man soll aufhören, wenn's am schönsten ist.